Moin und herzlich willkommen zu diesem kleinen Update-Video hier zum Thema 7.0, das Vermächtnis der Sith. In der vergangenen Woche wurde angekündigt, dass 7.0 verschoben wird um volle zwei Monate auf den 15. Februar 2022. Kurz darauf gab es dann einen Infopost, ein kleines FAQ mit den wichtigsten Informationen rund um 7.0, was so einige Sachen und Themen betrifft, die eigentlich jetzt auch am 14. anlaufen sollten oder enden sollten. Und um da klarzustellen, wie das Ganze geplant ist, was jetzt trotzdem funktioniert und was nicht funktioniert und was in den zwei Monaten bis zum Release dann tatsächlich jetzt passiert, das wurde dort drin geklärt und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, damit ihr da auch entsprechend auf dem Stand seid, den Bioware gerne hätte, sodass wir alle Bescheid wissen, was jetzt eigentlich Phase ist. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, warum dieses Verschieben des Termins so kurz vor dem Release. Bioware hat tatsächlich auch erst drei Wochen vorher oder zwei Wochen vorher erst den tatsächlichen Termin für 7.0 bekannt gegeben. Das kam ja auch erst Mitte November. Und dann eine Woche vor der eigentlichen Veröffentlichung haben sie das Ganze dann eben entsprechend verschoben. Sie schreiben, sie haben natürlich alles dafür getan, dass das Ganze natürlich auch pünktlich kommt, haben sich dann allerdings dazu entschieden, dass sie nicht so weit gekommen sind, wie sie es gerne hätten. Und gerade in Anbetracht der Tatsache, dass das ja die 10-Jahres-Feier auch ist dieses Jahr. Das heißt, in nicht mal mehr sieben Tagen wird dieses Spiel tatsächlich schon zehn Jahre alt. Und aus diesem Grund hat man gesagt, okay, wir können zu sieben Punkten, zum zehnten Jahrestag mehr oder weniger zu 7.0. Da können wir nicht irgendwelche halbfertigen Sachen bringen. Da sollten wir eben entsprechend was bringen, was auch eine gewisse Qualität aufweist. Und dementsprechend haben sie sich dazu entschieden, das Ganze zu verschieben. Warum nun ganze zwei Monate gleich? Naja, zum einen wollen sie halt wirklich die Zeit nutzen und das Ganze polieren bis zum Gehtnichtmehr, sodass möglichst viele von Fehlern und nicht funktionierenden Sachen auch, also nicht funktionierende Mechaniken und kleineren Bugs und hast du nicht gesehen, auch wirklich ausgemerzt werden und das Ganze schön poliert wird, damit da wirklich auch ein Produkt am Ende bei rumkommt, wo man sagen kann, das ist den 10. Jahrestag auch wert, auch wenn es dann etwas zu spät kommt. Zusätzlich haben sie natürlich über diese zwei Monate mehr Zeit auch die Spieler mit einzubinden und das haben wir auch direkt gesehen. Das heißt, wir haben, das habt ihr in den letzten Tagen gesehen, auch schon wieder einen PTS gehabt und haben dort auf dem Testserver auch wieder neue Sachen testen können und auch bestehende Sachen auf ihre weitere Funktionalität testen können und gucken können, ob da schon das eine oder andere sich getan hat. Und ja, da hat sich einiges getan und wir sind da einen guten Schritt weitergekommen. Aber man hat eben auch gesehen, dass hier und da doch noch Baustellen offen sind. Und die erste PTS-Phase ist jetzt auch schon wieder vorbei, das können wir dann damit auch gleich abhaken. Es startet vermutlich jetzt zum Wochenende die nächste PTS-Phase, wo dann auch wieder Änderungen gemacht werden. Ich werde mir das Ganze mal anschauen und mal nachgucken, ob da was Lohnenswertes bei ist. Ich habe auf jeden Fall noch ein Video parat, da geht es um den neuen Flashpoint Elum, den habe ich da mit zwei Gilden-Kollegen gemacht. Und da werden wir mal reinschauen und da werde ich mal schauen, ob zum PTS am Wochenende, ob sich da so viel getan hat, dass wir doch nochmal was zu bringen oder ob wir das dann an der Stelle mal sein lassen. Weil wenn sich nicht viel ändert, muss man auch nicht viel daran basteln. Testen ist natürlich wichtig, aber dafür dann ein extra Video zu machen, denke ich mal, muss nicht unbedingt sein. Gut, nichtsdestotrotz, die gesamte 10-Jahres-Feier war ja angekündigt, dass sie das ganze Jahr über andauern soll. Und das ist natürlich auch weiterhin angedacht. Das heißt, bei Huber wird die entsprechenden Feierlichkeiten bis in den Januar 2023 hinausziehen. Das werden wir jetzt gleich auch noch bei ein paar anderen Terminen sehen. Wir werden aber jetzt erstmal drauf schauen, was ist denn mit den Conquests zum Beispiel. Es war ja angekündigt, dass die Eroberungen mit 7.0 plötzlich 100.000 Punkte erfordern. Und da ist es ja ganz wichtig, dass wir eben entsprechend in der Woche vor dem Update 100.000 Punkte zusammen machen, weil wenn das Update aufgespielt wird, wie das immer am Dienstag ist, und wir danach eben entsprechend einloggen und unsere Belohnung abholen wollen, dann ist ja das Spiel auf dem neuen Stand, will also die 100.000 Punkte haben. Wenn man dann nur 50.000 Punkte gemacht hat, dann wird man eben entsprechend keine Belohnung bekommen. Dementsprechend sollte man vorher in der Woche 100.000 Punkte machen, auf jeden Fall, damit das mit dem Belohnungsevent oder mit den Belohnungen eben entsprechend klappt. Darauf weist ByWare auch hier an der Stelle nochmal hin. Es gibt dreimal das Total Galactic War, wo es alle Planeten gibt, oder fast alle Planeten, und wo das Ganze relativ entspannt ist. Das wird dreimal wiederkehren, am 21. Dezember, am 4. Januar und am 18. Januar, wenn wir jeweils dieses Eroberungsevent drin haben, wo es dann natürlich alle möglichen Planeten zu erobern gibt. Und wie gesagt, in der letzten Woche vor dem Update, das heißt in der Woche vor dem 15. Februar, da sollte man auf jeden Fall mit seinen Charakteren 100.000 Punkte machen und nicht nur 15.000 Punkte. Ansonsten kriegt man in der Woche darauf keine Belohnung. Wie sieht das mit PvP aus? Und das ist ein Thema, was viele Spieler, also ein Teil der Spieler auch durchaus ein bisschen wütend gemacht hat oder so ein bisschen enttäuscht hat. Natürlich, die Saison 14 ist an 7.0 gebunden. Das heißt, die Saison 14 wird verlängert bis zur Veröffentlichung von 7.0, bis zum 15. Februar und wird daher eben noch zwei Monate weiter laufen. Jetzt haben natürlich einige Spieler, da habe ich auch jetzt kürzlich erst mitgekriegt, einige Spieler natürlich jetzt kurz vor dem offiziellen Release eigentlich, 14. Dezember, haben sie natürlich nochmal einen Endspurt gegeben, nochmal Vollgas, alles gegeben, damit da eben noch Punkte reinkommen, damit man noch Wertungen kriegt, damit man noch ein paar Siege zusammen kriegt, dass man vielleicht noch in eine Belohnungskategorie für das gewertete PvP da reinfällt oder vielleicht auch in die Top 96 kommt, also in die Top 3 der jeweiligen Klassen und dann wird eben angekündigt, ihr habt zwei Monate mehr Zeit. Und jetzt müssen die Spieler natürlich schauen, dass man diese Wertung jetzt über die zwei Monate halten kann oder auch seinen Top 3 Platz zum Beispiel halten kann. Das ist natürlich eine Sache, da haben jetzt viele eine Menge Energie reingesteckt und das war jetzt mehr oder weniger für umsonst. Das ist ein bisschen schwierig. Wie gesagt, nochmal zwei Monate Zeit für den einen oder anderen vielleicht auch ein Segen, sodass er es auch noch schafft, in die entsprechenden Belohnungskategorien hineinzukommen, weil er die entsprechenden Siege dann doch noch zusammen sammeln kann oder die entsprechende Wertung erreichen kann, die man dafür braucht. Immer die zwei Seiten einer Medaille. Genauso ist es übrigens auch bei den Leuten, die sich jetzt für Dezember ein Abonnement geholt haben. Ich hoffe, da wird von Bioware auch nochmal was kommen. Kamen nämlich bis jetzt nicht. Es gab Leute, die kamen jetzt wieder und haben sich gedacht, für 7.0 ein bisschen Story, neue Sachen, neue Inhalte hast du nicht gesehen. Komm, holen wir uns mal ein Abo, weil du brauchst ja ein Abonnement, um 7.0 spielen zu können. So, und da haben sich natürlich viele ein Abo geholt jetzt zum Anfang Dezember. Haben gesagt, dann können sie schön über Weihnachten spielen und dann läuft das Ende Weihnachten oder Anfang Januar oder sowas läuft das Abo dann aus und dann hat man aber die Ferien oder die freie Zeit über die Feiertage eben genutzt, hat die neuen Spielinhalte ausgetestet, hat die Story erlebt und es wendet sich dann wieder anderen Sachen zu. So, und jetzt hat man dieses Abonnement gekauft. Das heißt, man hat echt Geld investiert, um für das neue Update mehr oder minder zu bezahlen und dann wird das Update um zwei Monate verschoben. Das ist natürlich ein bisschen belastend, dass es so kurzfristig angekündigt wurde, weil diese Spieler dann eben entsprechend diese Spielzeit eventuell umsonst gekauft haben, weil sie haben halt bloß abonniert, um das Event zu spielen oder das neue Update zu spielen. Ich hoffe, dass da von Seiten bei über noch ein bisschen was passieren wird, dass die irgendwie sagen, okay, pass auf, ihr kriegt dann meinetwegen alle, die jetzt was hinzugekauft haben oder alle Abonnenten, die jetzt Abonnement haben, zum Zeitpunkt des Releases, bekommen dann eben entsprechend zum Release-Zeitpunkt im Februar nochmal zwei Wochen oben drauf oder so ein Kram. Dass man da irgendwie eine Lösung findet, fände ich, denke ich, mal ganz cool, weil es betrifft tatsächlich einige und da gab es in Foren dann auch natürlich einiges an Aufschrei, weil da eben viele Leute in dieser Hinsicht sich darüber beschwert haben, dass sie jetzt extra dafür was gekauft haben und dann kommt das nicht. Ja, durchaus verständlich, keine Frage. Das zum Thema PvP und auch was die Abonnement angeht, reden wir mal über eine neue Operation R4-Anomalie, die sollte ja eigentlich verzögert im Januar kommen. Bioware wird diesen Terminplan beibehalten und auch diese Verzögerung mitdrehen und hat das Ganze für das Update 7.1 halt festgelegt und 7.1 wird dann halt erst dann, ich denke mal, im März kommen. Ja, also so vier bis sechs Wochen nach 7.0, was im Mitte Februar kommt, dann irgendwann am März 7.1 mit der R4-Anomalie. Begründung weiterhin die gleiche. Man möchte eben entsprechend, dass die Spieler nach dem Update von 7.0 die Möglichkeit haben, erstmal genug Ausrüstung zu sammeln und dann entsprechend in die neue Operation rein starten können. Und außerdem wird es natürlich vorher trotzdem noch ein PTS dafür geben. Ich denke mal aber erst nach Weihnachten, weil jetzt aktuell sind wir noch mit 7.0 auf dem PTS beschäftigt, sodass wir dann nach Weihnachten irgendwann die neue Operation uns auch mal auf dem PTS anschauen können. Was ist mit Events? Normalerweise sollte ja am 14. das Live-Day-Event starten und das ist auch gestartet. Und es gibt natürlich auch den Jahrestagshändler, der wieder Sachen verkauft oder verscherbelt, weil die Preise sind winzig. Die Sache ist, es gibt keine neuen Belohnungen, weil die neuen Belohnungen kommen erst mit 7.0. So, das heißt, es gibt bei dem Jahrestagshändler und auch beim Live-Day-Event und sowas nur die alten Sachen. Aber der Jahrestagshändler wird das ganze Jahr überstehen bleiben. Das heißt, die Belohnungen für den Jahrestag und auch das, was mit 7.0 kommt, wird bis Januar 2023 verfügbar sein. Das heißt, zum Beispiel die neuen Dekorationen, die halt aus dem Screenshot-Wettbewerb hervorgegangen sind, die werden eben entsprechend erst mit 7.0 hinzugefügt, dann aber das ganze Jahr bis Januar 2023 verfügbar sein, sodass wir dort eben entsprechend auch das ganze über Zeit haben, da einzukaufen und die ganzen Sachen zu erledigen, was da noch dazugehört. Nichtsdestotrotz läuft jetzt erst mal das Lebenstag-Event vom 14. Januar, das heißt vom gestrigen Dienstag. Da kam ja auch der kleine Update 632B, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da werden wir dann im morgigen Tag wahrscheinlich im SWTOR aktuell kurz drüber sprechen. Das läuft jetzt bis 11. Januar und dann ist gut. Wie gesagt, aber der Jahrestagshändler, der bleibt das ganze Jahr über bestehen. Zusätzliche Events? Ja, BayWare hat gesagt, okay, so ein bisschen, um die Zeit zu überbrücken oder vielleicht auch das ein oder andere ein bisschen wieder gut zu machen, mehr oder weniger. Es gibt ein Doppel-EP-Event, das startet am 20. Dezember und läuft bis zum 4. Januar. Das heißt, das sind dann, glaube ich, zwei Wochen, die hier eben entsprechend nochmal genutzt werden können, um Charaktere zu leveln. kam für mich jetzt natürlich ein bisschen spät, weil ich hatte jetzt auch nochmal einen Endspurt hingelegt und tatsächlich nochmal den Ruhmrang 999 vollgemacht auf einem Charakter für den Erfolg, weil das ganze Ruhmsystem fliegt ja raus mit 7.0. Jetzt habe ich nochmal einen Endspurt gemacht. Na gut, aber trotzdem, Doppel-EP-Event geht natürlich auch um Ruhm, geht auch um Tapferkeit und natürlich auch um normale Erfahrungen. 20. Dezember bis 4. Januar. Das heißt, am kommenden Montag wird das Ganze starten. Und dann haben wir zwei Wochen Zeit, da doppelte Erfahrungen zu sammeln. Außerdem wird es drei Wochen lang das Feast of Prosperity-Event geben, also das Wohlstandsevent auf Narschadar. Ihr kennt das Ganze, ist ja eigentlich im Herbst immer da. Beibei hat sich dazu entschieden, dass wir das Ganze jetzt auch nochmal im Januar kriegen, so ein bisschen als Überbrückung der Wartezeit. Das Ganze läuft dann vom 11. Januar, also eine Woche nach dem Doppel-EP-Event, geht das los. Vom 11. Januar bis zum 1. Februar, drei Wochen lang, haben wir die Möglichkeiten, dort dementsprechend wieder mitzumachen. Über den PTS haben wir schon gesprochen. Wie gesagt, erste Phase ist vorbei, zweite Phase wird jetzt zum Wochenende kommen. Mal schauen, was sie da so Schönes machen und was man da so entsprechend noch alles testen kann. Vielleicht kommen sie noch ein bisschen weiter. Sie hatten schon angekündigt, dass die Charaktere, die man sich erstellt hat und wo man auch schon Ausrüstung hochgelevelt hat, dass man die eben entsprechend behält. Mal schauen, ob das tatsächlich auch so der Fall ist und dass man dann weitermachen kann. Vielleicht werden da ja noch ein paar Anpassungen gemacht, weil hier und da funktionierte was nicht. Das haben wir gesehen. Mal schauen, was da so alles passiert. Was passiert mit der galaktischen Saison Nummer 2? Die zweite Saison ist natürlich an 7.0 gebunden und startet dementsprechend auch nicht mit dem 14. Das heißt, läuft jetzt aktuell noch nicht, sondern kommt mit dem Update 7.0 im Februar. Und nichtsdestotrotz wird das Ganze in den kommenden Wochen dann auf dem PTS verfügbar sein. Das heißt, auch dort können wir schon mal reinschauen, denn sie haben ja auch angekündigt, dass sie grob die Mechanik dieser galaktischen Saison ändern wollen. Weg von den täglichen Sachen hin zu den wöchentlichen Sachen. Und damit das funktioniert, soll das Ganze auch auf dem PTS einmal ausprobierbar sein, testbar sein. Und das werden wir uns dann vielleicht auch mal anschauen, damit wir da ein bisschen besseren Durchblick kriegen. Und zum 10. Jahrestag gibt es auch ein paar Sales, ein paar Reduktionen, Preisreduktionen entsprechend im Kartellmarkt. Zum einen gibt es ab dem 20. Dezember bis zum 3. Januar auch wieder saisonale Events. Das heißt, zum Beispiel diese Winterpakete oder Weihnachtspakete, die gibt es ja ab und zu mal. Die werden auf jeden Fall wieder, wenn auch nur teilweise, es soll welche geben wieder, die werden verfügbar sein im Kartellmarkt. Außerdem vom 20. Januar bis zum 3. Dezember 75% auf alle Freischaltungen in den Kollektionen, also in den eigenen Sammlungen. vom 20. Dezember bis zum 27. Dezember, nur eine Woche, haben wir 50% auf alle Rüstungssets und 50% auf die Charakterslots, womit man sich einen zusätzlichen Charakter für den Server freikaufen kann. Und vom 27. bis zum 3. Januar in der zweiten Woche dann 50% auf alle Gleiter und die Dekorationen. Das heißt, über die Weihnachtsferien haben wir hier entsprechend auch einiges an Sales mit drin. Also, der eine oder andere findet da eventuell was, was er dann noch mitnehmen möchte. Dann würde ich sagen, soll es das so ungefähr mal gewesen sein, sodass wir alle so ein bisschen auf dem aktuellsten Stand sind, was eigentlich 7.0 und den ganzen Inhalt und die verschiedenen Sachen angeht. Wie gesagt, PTS ist live, beziehungsweise wird jetzt demnächst, heute oder morgen, dann eben entsprechend einmal runtergefahren und mit einem neuen Update versehen. Mal schauen, was wir da so entsprechend Schönes finden. Die ganze Kram, was irgendwie mit 7.0 zusammenhängt, wird auch erst mit 7.0 kommen. Wir haben jetzt ein Doppel-EP-Event zur Überbrückung und im Januar auch nochmal das Wohlstandsevent. Es gibt Sales im Kartellmarkt und in den Sammlungen über Weihnachten und natürlich aber auch das Live-Day-Event, so wie gewohnt und auch den Jahrestagshändler, der wieder auf der Flotte rumsteht. Würde ich sagen, soll es das hier bis hierhin erstmal gewesen sein, als kleines Infovideo sozusagen am Rande. Wir werden natürlich in den nächsten Tagen immer wieder so ein bisschen auf 7.0 zu sprechen kommen. Zum einen morgen im SW-Tor aktuell. Das heißt, da werden wir uns die Patch-Notes anschauen für den Patch, der am gestrigen Dienstag kam. Und wir werden auch einen Blick werfen auf eure Kommentare aus der letzten Woche. Und dann habe ich, wie gesagt, noch das Flashpoint-Video, was dann höchstwahrscheinlich zum Wochenende kommen wird, wo wir uns dann eben entsprechend mal den Flashpoint anschauen und was der so alles kann. Gut, ich würde sagen, soll es erstmal gewesen sein, bis zu diesem Punkt. Ich bedanke mich natürlich für's Zuschauen. Ich freue mich immer über Feedback unten in den Kommentaren. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Deodolor. Ich bin raus. Tschüssing! 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 Vielen Dank.